Hallo, mein Name ist Tobias Friedrich und ich bin Unterwasserfotograf. Hi, ich bin Marc Hinesheim, ich bin auch Unterwasserfotograf und Unterwasserfilmer. In den nächsten Wochen werden wir für StubaPro verschiedene interessante Tauchgebiete in Deutschland vorstellen. Ihr könnt uns in den sozialen Medien unter diesen Hashtags folgen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!